Willkommen bei Part 10 meines Half-Life 2 Let's Plays. Wir sind hier immer noch im Gefängnis im Nova Prospect Dings da und wir hören schon hier sind ein paar Gegner in der Nähe und um die kümmern wir uns jetzt. Ah, so geht's hierin. Sooo More incoming soldiers, turrets Oh, hier sind ein paar mehr turrets als das letzte mal Wo stellen wir die am besten hin? Oh Überall sehen wir noch AP zum Aufsammeln Captain, ich habe Angst Also scheinbar gibt es noch Chief und hier nicht zu sterben und ähm Ich bin mal gespannt ob wir das schaffen werden Ich bin mal gespannt ob wir das schaffen werden Noch sieht es ganz gut aus Noch sieht es ganz gut aus Oh More Soldiers Das war's. Ich wollte einfach die Küste öffnen. Ich habe mir gedacht, mich zu überleben und mich zu konzentrieren. Aber ich brauche auch noch... So, damit hätten wir zumindest das eine Achievement gekriegt. Ich speichere mal kurz dazwischen. Oh, fuck. Ich verliere gerade Leben. Oh, fuck, das war's. Ich lese mir das mal eben durch. Äh... Da steht nichts von nicht sterben. Oh, dann freuen wir uns, dass wir dann schladen können. Ach, Junge. Ich meine ins Gesicht. Was bin ich in Ruhe? Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's jetzt. Oh, hi. Bin ich ganz schön demoliert. Oh, das war's. 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 Ja, okay, bevor ich ziele. Meine Güte. Hat alle hier aufgespießt. Aber gut, so läuft das halt, wenn man sich mit dem Gordon anlegt. Ja, und ich gerade in der Übersaal ist und alles. Na ja, gut. So, wir können uns nochmal heilen. Das freut uns. Ein paar alte Rechner gibt es sogar noch. Great, eine andere Sicherheitsstation. Alright, Marcon, wo bist du? Ha! Founder. Ha! Ich habe dich jetzt! Oh, oh. Komm schon, Gordon. Wir wollen nicht weiter warten. Oh, oh. Nee, das ist richtig. Ich wollte sie ganz schnell nicht warten lassen. Komm schon, Gordon! Ich will diese Tür. Ich bin ja auch ein eher stiller Charakter. Ich bin ja auch einig. Ich bin ja auch einig. Oh, danke Gott, jemand. Alex? Gordon, wie hat er denn hier geteilt? Wir wissen alles über dich und Green. Was? Was? Du bist ein Spie für das Combine die ganze Zeit. Was ist das? Verdammt! Geh zurück, Mosk, wir kommen in. Alex, was auch immer du denkst, ich versichere dir, ich will deinen Vater schützen. Hör auf und bleib glücklich, dass du uns noch etwas an uns bist. Wir werden diesen Teleporten wieder konfigurieren und rauskommen. Du siehst, wie du siehst? Das will ich ja gar nicht. Wir haben bereits geprogramm den Modulator um eine Zen Relay. Das ist mein Vater's Arbeit, du hast. Das ist mein Arbeit, auch! Und ich musste sagen, Dr. Breen, dass dein Vater der größte Mitglied sein würde, dass dein Vater der größte Mitglied der ganzen Forschung in der Welt sein würde. Enough of your bullshit! Schau, Gordon, da ist mein Vater, ich werde ihn in bringen. Du hast ihn gefunden, Eli? Nein, danke dir. Einfach in die Koordinaten für Dr. Kleiner's Lab, und wir gehen. Aber wir brauchen die Teleport-Platform, und wir sind geschlossen. Entschuldigung! Ich werde dich ausziehen. Ich werde dich ausziehen. Ich werde dich ausziehen. Ich werde dich ausziehen. Und ich werde dich ausziehen. Und du hast mit dieser Sache gearbeitet? Für immer noch lange? Nein, bis jetzt. Bis jetzt. Ich hatte eine ziemlich gute Idee, was man erwartet. Ich glaube, du hast. Es sieht aus, wie es uns erwartet. Der Kombination ist eine Kühle-Puls-Formung mit einem sehr langen Zeitpunkt. Es dauert lange Zeit, um zu rechnen. Also hast du es aufgewachsen für uns. Gut. Und in Zeit. Das ist unser Leben. Hier, auf! Sorry, das wir so lange dauern. Ich hoffe, das nicht zu schlecht für dich. Kein Problem über mich, liebter Lieber. Judith! Ich sehe, dass sie dich voll verletzt haben. Nicht genau so. Eli! Ich war so so überraschend über dich. Die Koordinaten, Dr. Mossmann. So, this is the Combine Portal. It's smaller than I imagined. Hurry up, Mossman! Dr. Kleiner! Yes, Alex, where are you? We're in Nova Prospect, and we're running the Zen emulation for the first time. Are you ready for us? Ready, willing, and fully enabled. Good. We'll send my dad through first. He's in position for... What's that? Hold on, got to bring this back down. No, stop! What are you doing? I'm sorry, Alex. It's the only weapon. No! Get back! What's going on, Alex? Dad! Jonas, what's happening? Alex, thank you. Und sie sind weg. Ah, toll. Ich hab da so ne Theorie. Ich hab da so ne, Gordon. Ich hab da so ne, die Portal resettet. Ja, wenn du mir die Turrets hier freischalten würdest. Ja, geht doch. Ich hab da so ne, die Plattform und gucken mal, ob das, äh, ausreichend ist. Ich hab da keine Ahnung, wo die Gegner kommen werden. Ich hab da keine Ahnung, wo die Gegner kommen werden. Ich hab da so ne, die Plattform und gucken mal, ob das so ne, die Plattformen, oder? Achso, das ist so ein Stück Metall. Ich habe gedacht, da wird sich wieder einer verstecken. Ja. Na, kommt her. Noch einer. Komm her. Na, komm. Na, komm her. Na, komm her. Das klappt doch so erstmal ganz gut, denke ich mal. Oh, eben dauert es, ne? Ja, aber irgendwann haben wir vielleicht noch einen Griff, würde ich mal behaupten. Auch wenn das alles so gut funktioniert. Kann ja mal versuchen mit ihm zu heilen hier. Wohlzeit muss sein, ne? Na ja, kein Ding haben wir alles. Ja, kein Ding haben wir alles. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ich bin ja unterwegs. Ich bin ja mal gespannt, wo wir landen werden. Aber wo ist Dr. Kleiner? Aber wo ist Dr. Kleiner? Und wenn? Ja, okay. Ja. 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 Schopfen Sie sich nicht hier ähnlich. Oh, nein. Go on, Gordon. I'll take care of you. Gordon, take care of yourself. Dr. Kleiner... Ja, sicher. Wir und Dr. Kleiner regeln das schon. Pet-Headcraft. There are plenty to go around. There's only one, Hiddy. Du stehst doch sofort. Soll ich zuerst runter? Na gut. Ich glaube, der Dorb zeigt jetzt den Weg oder sowas, aber dann springen wir halt selber runter. Anti-Citizen-One. Entei, Entei, Entei. Ach, keine Ahnung. So. Oh. Die Kabel schwirren aber auch recht interessant durch die Flucht, ja. Ja, Dorb macht das. Oh, ha, bis zur Kenne. Ja. Was ist die Dorb? Oh, okay. Die Dorb ist ganz toll, sehr gut passen. Haha. Oh. Sehr schön, Dorb. Klasse Sache. So, Dorb. Wo müssen wir denn jetzt hin? Erzähl mal. Ich hab gedacht wir müssen da rein, aber das hast du mir grad zugemacht. Jetzt geht's offensichtlich nicht lang. Wollen wir uns mal da hinten mal gucken. Noch kein Loch im Zaun. Oh, na gut. Aber jetzt wo ich schon hier hinten stehe, guck ich trotzdem noch mal kurz neben die Transformatoren und Zeugs. Man merkt dann, dass ich hier nicht mehr, doch da vorne ist der Ausgang. So. Jetzt ist hier nirgends mehr was zu holen. Na gut. Danke, Doc. Tschüss, Doc. Viel Spaß. Jetzt treibt's nicht zu wild. Das Ding macht Geräusche. Aber hier geht's irgendwie nicht hoch. Oh, da ist die Tür. Da kann man drüber klettern. Und ein Ladescreen, wie schön. Oh, ja den Ort kenn ich noch ungefähr. Was waren das denn? Und die kann ich mich nicht mehr erinnern. Na gut, Gordon Freeman. Und über Zeit, auch. Was war das denn? Ich bin nicht mehr sicher. Ich bin auch nicht mehr sicher, dass ich das letzte Mal was oben war. Aber egal. Oh, Squad-Following. Ich habe jetzt einen Typen, der mir folgt. Nice. So, erstmal hier. Da ist der Leiter, also muss ich die Leiter hochgehen. Die bringt mir aber nichts, weil das jetzt mal der Sound hier bloß zu war, genau. So. Ah, sehr schön, sehr geil. Ja! Ah! Ich bin Freeman. Du bist hier. Dr. Freeman? Wir kommen mit dir. Wenn du hier, Dr. Freeman, können wir endlich ein paar Hände machen. Lass uns wissen, wo du uns willst, Dr. Freeman. Ja, wenn ich das weiß, sage ich Bescheid. Ja, muss hier doch ein Weg sein. Okay, Doc. Du bist in charge. Ja. Ich habe aber gerade keine Ahnung, wo es weitergeht. Pass auch zu. Wir sind mit dir, Dr. Freeman. Lass uns wissen, ob wir etwas extra tun können, um zu helfen. Ihr könnt mir erzählen, wo es lang geht. Ich komme mir gerade ein bisschen dämlich vor, den Weg nicht zu finden. Ja, Leute. Folgt mir. Hier kommen wir zwar gerade her, aber vielleicht ist ja hier irgendwie... Nö. Oh, jetzt geht das da vorne auf, ne? Na gut. Hätte doch schon etwas eher aufgehen können, der Weg. Folgen Sie mir unauffällig. Und da hat der Screen. Das spricht doch für einen richtigen Weg. Für den richtigen Weg. Nicht nur irgendeinen. Oh, naja. Mit den Dingern und dem Blech gibt es schöne, äh... schöne Speedruns. Na gut. Na gut. Du kannst die Hoppers aufheben, ohne sie zuvor setzen. Du kannst sie wo immer sie wollen. Heldkranker! Ich habe einen! Ja, jetzt müsste ich auch irgendwie einen Ort haben, wo ich die setzen kann, oder eine Richtung aus der die Combiens angreifen. Sonst bringt mir das gerade recht wenig. Aber gut. Halt die Klappe. Zu dir kommen wir noch. Ist hier in der Ecke noch was? Jetzt hab ich da noch eine verständet. So. Tja. Jetzt habt ihr eigene Minen. Falls die Combines von hinten kommen. Waffenwege. Habe ich jetzt trotzdem. Ich hab keine Militoren mehr von meinen Raketenwerten. Schade. Waffenwege. Habe ich jetzt trotzdem. Ich hab keine Militoren mehr von meinen Raketenwerten. Schade. Schade. Ja. Wärts, dann könnt ihr auch mit den lustigen Minenheimen. Ah, die Minen gehen scheinmäßig auch auf die Headcraps los. Das ist ja lustig. Das ist ja praktisch. Oh, hier können irgendwelche kommen. Wo ist das da? Ja. Ja. Ich hab's ja schon gesehen. Eben rausziehen. Ich hab's ja schon gesehen. Ja. Ja, die Klappe. Ja. Ja. Die Klappe. Ja. Die Klappe. Ja. Ja. Die Klappe eben alle einmal hochheben. Oh, da vorne ist ein Lambda-Symbol. Das wollen wir natürlich auch eben besuchen. Oh. Wunderbar. Dann nehmen wir uns noch so ein Festchen hier mit. Ja. Gut. Wir nehmen uns erst mal so ein Mienchen hier mit. Naja. 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 Wenn man sie so hinlegen könnte, dass die sich nicht wieder eingraben. Dass man sie dann, wenn man sie braucht, schneller greifen kann. Oder so. Hallo. Ach, man kämpft hier doch. Ich wollte da gerade eine Explosion reinschmeißen. Das kann ich aber nicht machen, wenn ihr da rein geht. So. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finden soll mit dem Squad, der mir folgt. Die stehen ein bisschen im Weg rum. Ein bisschen sind sie auch hilfreich, aber... Na, mein Tee ist alle. Wer hat denn meine Tee leer gemacht? Kann ich denen eigentlich auch Medikits geben an so einem Krams? Ich gehe mal erst nach oben, weil unten ist immer langweilig. Hm. Ein Zombie. Ja. Will ich auch meinen. Schuh? Braucht jemand noch einen Schuh? Ich würde mir aber auch nicht den ganzen Tag angucken wollen. Eine Melone. So. Aber sonst ist hier oben scheinbar nichts mehr. Excuse me. Ja komm, dann geh doch wieder runter, wenn hier nichts ist. Es sei denn, ich habe irgendwas Wichtiges übersehen. Oder die Melone war Teil des Achieve... Äh... Achievements. Davon gehe ich jetzt mal alle nicht raus. Eine nehmen. Komm her. Komm her. Komm her. So. Nix. Auch nix runter. Was? 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 Schieß doch zurück oder irgendwas. Nicht nur die ganze Zeit rumstöhnen. Meine Fresse. Ihr sollt mir helfen. Ich will nicht euer Babysitter sein. Aber jetzt habe ich dem das Medi-Kick geklaut. Tut mir leid. Sieht auch ungesund aus. Hm. Mh. Kommen wir hier oben durch. Das war doch noch irgendwie was. Ne, hier geht es nicht weiter. Gut. Ups. Ja, wups. Ja, du auch wups. So. Aber... Volles Leben. High-Energie. Jetzt haltet ihr euch gegenseitig. Das geht doch. Ach, das sind der Heiler. Das heißt das. Ah, okay. Na gut. Gut. So. Ja, gehen wir aus dem Weg da. So. Ja, wir gucken uns jetzt mal Stockwerk an. Ja. Ähm. Warum die beiden eben durch? Ihr geht doch wieder... Hier, heilt euch. Da ist ein Heldsding. Sonst ist hier nichts mehr. Zwei Melonen. Ja. Okay. Ähm. Hallo. Ein bisschen Aim-Punch. Hallo, Dr. Freeman! Was mach ich denn? Ja, ja, ja. Also, ich kann noch nicht behaupten, dass ich ein Fan der KI bin oder von den, äh... Entsprechenden... ...Sprüchen der KI. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir da wohl runter. Ja, nun komm. Lauf! Äh, ich weiß nicht, wo es lang geht. Du darfst doch gerne vorlaufen, wenn du gesehen hast, wo ich hin will. Sorry, Doc. Ich bin ja fast geneigt, meine Teammates über den Haufen zu schießen. In manchen Situationen. Aber ich, äh, kann mich noch beherrschen. Und ja, das dürft ihr gerne als Warnung verstehen. Oh, come on. Was hat uns bloßt? Sorry, Brimbo. Oh 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 Drei Granaten getroffen und eine sind getroffen. Aber naja halb so wild So, da gucke ich mal eben hier rein Hallo, da hinten lag ein, ach verdammt. Am besten auch die ja nicht in den Jungen fahren. Ich hab gehört, die tun weh. Ich bin letztens ein bisschen zur Folgeentscheidung. Hier, hab ein MedKid. Entschuldigung, Duck. Ja, komm. Ach ne, wir müssen nach oben. So. Und speichern. Ich würde dir helfen, wenn du nicht im Weg stehen würdest. Oh, guck mal, Energie. Sehr gut. Den nehmen wir mit. Hier, hab ein MedKid. Sehr schön. Äh, speichern. Dann geh mal bitte von der... Geh mal bitte von der Tür weg, dankeschön. Eieiei. Sehr sinnvoller Atom gewesen. Irgendwie kann man die doch auch noch befehligen, oder nicht? Gab's nicht irgendwelche Tasten, um die Leute ganz kurz rumzusetzen? Ja, das war egal. Nein, das war egal. Nein. Ich, wir bin auf jeden Fall. Machjole. Mein Gott. Sie haben sich überall verkampen müssen. Ich meine, gut ist das wahrscheinlich einigermaßen. Oh, da hinten ist ein Lambda-Signal. Hallo. Ah, scheinbar kann ich die mit C rumschicken. Zumindest so ist die C und die kommt noch nicht mit. So, hier sind wir jetzt quasi durch. Ja, ja, dankeschön. Hallo. Kann ja mal passieren, dass ich dir, äh, vollsehentlich, das klingt wesentlich besser mit einer Crowbar. So, aber unsere Zeit ist auch schon wieder rum ungefähr, doch ziemlich genau und demnach mache ich hier mal kurz Pause und, ja, bis zur nächsten Folge, ne? Vielen Dank fürs Zusehen, tschüss!